Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Minecraft. Ich muss noch mal die Kamera stellen. Sag mal, okay. So, die Zeit zu. Ähm, es ist gerade nachts. Ja, ich sehe nicht das wie... Es baut sich dann so wie auf. Okay, ähm... Ich muss mich entschuldigen. Weil die zweite Folge nicht rauskommt. Ich erkläre es euch noch mal. In der zweiten Folge ist es passiert. Da haben wir Pferde gefunden, hier vorne. Da habe ich mir einfach mal zwei weiße Pferde gegönnt. Und... Zeig ich euch die mal. Das sind die hier. Aber das weiße und... Das weiße. Hier. Das hier. Ja, und ähm... Ja. Und da habe ich das gebaut. Da kann ich eigentlich das gleich mal demonstrieren. Sag mal. So leckst du denn hier so... Mhhh... 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 Oh... Hallo ihr seht mich gerade. Hhhh... Okay. Wir haben das hier gebaut. Wir haben das hier gebaut. Ich zeige euch das jetzt mal ganz schnell. So. Mein... Mh... 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 Entsaugungsmaschine 3000. Dann wirft es einfach rein. Das wird... Getragen. Fällt es hier runter. Wird da wieder weiter getragen. Und dann... So. Und dann ist es weg. Okay. Jetzt muss ich nur mal das. Mein Schein Schwert nehmen. Ey. Hallo. Ich bin hier. Wow. Ja. Hau ab. Geh weg. Geh weg. Mh... 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 Ja. Ähm... Was haben wir nicht hier so? Ich will... Das hier reinlegen. Und ich hoffe es... Bäh. Ich hoffe es rei... Es regt euch nicht auf. Wenn jemand das Klicken von meiner Maus hört. Also ich hoffe es regt euch nicht auf. Wo? Ach! Hier ist überall Kohle! Cool! Wie seht ihr mich hier? Aber ich bin hier ganz konzentriert auf mein Kopf. Ich hoffe es ist nicht schlimm wenn ihr mich sieht. Mist. Äh... Schau mir gleich mal eine Eisenhacke glaube ich. Ja ich... Am Anfang habt ihr es vielleicht gehört. Das... Pfff... Das war mein Hund. Ja... Ja... Hm... Ist halt so. 1... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 3... So... Das hat mir jetzt echt leid. Sorry. Muss ich jetzt aber mal machen. ja ich weiß dass du da bist das hat mich echt aufgeregt dass ich das hier also wie ich gesagt habe ich hoffe es ist nicht schön wenn ihr mich sieht aber ich muss auch ich muss auch den bauern fb begrüßen und dem play what schaut doch mal bei ihnen rein bei den beiden wenn ihr wollt weil die haben auch mal ein video angeguckt und gute bewertung danke nochmal an euch beiden also ich würde euch auch weiterempfehlen ja hallo ok es gibt wirklich ja es gibt leute die mögen zwar nicht minecraft aber ist halt so also ich will jetzt natürlich kein zwingen dass er minecraft spielt zwischen natürlich nicht ja ich weiß dass so lab ist also zwingen will ich wirklich kein das könnt ihr alles allein entscheiden und ich höre rein hier ist ja war ok das ist echt viel ok und ich habe auch herausgefunden wie man ein sattel macht also also überhaupt nicht das kann man ja nicht herstellen dass man finden das wusste ich zu dem zeitpunkt noch nicht in welcher folge waren ich glaube ich ja das war auch in der zweiten folge das war auch in der zweiten folge wo ich eigentlich versucht habe wo ich versucht habe mit ihrem bau mal liverw...... und ich wollte muss 수 dado so weil wenn du gut sagen wenn du 6 formuliert dass 3 soll 8 8 ich 6 10 Nein. 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 Okay, ich halte mal kurz aus. Das war mein Hund. Ja, das auch. Ja, das war mein Hund. Vielen Dank. So, okay. Ja, ihr habt gerade gemerkt, ich bin sehr still bei solchen Sachen, muss ich sagen. Bin ich sehr still. Weil, also sehr konzert. Ihr seht mich schon wieder. Nein, ihr seht mich. Okay, das ist natürlich nicht schlimm. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Kann ich gleich den Eisen-Zong singen? Eisen, 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 Eisen. Okay, nein. Das ist nicht nur einen, wir sehen was. Okay, gerne. Okay, nein. Na ja, so, jetzt buddeln wir uns hier hoch, ok, buddeln natürlich nicht, äh ja, sorry, boah, Eisenspitzhacke ist auch schon wieder kaputt und das hat sie ja jetzt auch voll gebracht. Rein, 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 rein und rein. Okay, jetzt will ich sagen, ah, oh, mein Bauch, oh, fuck, oh, ist noch eine Pause, oh, mein Bauch, oh, scheiße, und das jetzt wirklich klingelt, oh, oh, scheiße, oh, weil ich, oh, weil ich komisch gelegen hab, oh, fuck, aber schon jetzt mal ein bisschen Sand hier, also Sand wird man ja sehr wenig, Sand findet man sehr wenig in einer Wüste, das haben jetzt Wissenschaftler herausgefunden. Es gibt ganz wenig Sand in der Wüste. Kann ja nicht mal ein Tempel sein, das wäre nämlich echt schön. Oh, okay, wie lange bin ich noch auf, 11 Uhr, äh, 11 Uhr, ja, schon lange vorbei. 11, äh, 4 Minuten, okay, ich würde sagen, ich nehme heute mal 25 Minuten, äh, 25, 15 Minuten auf, das ist zwar jetzt nicht so viel, aber wenigstens etwas. Okay. Hopp, 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 aua, hopp, 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 hopp. Wo ist denn jetzt mein hinschickes Haus? Sag nicht, ich hab mich verlaufen. Oh nein, ich glaube, äh, doch, das ist wirklich nicht gut. Mann, das ist jetzt scheiße. Sorry, das darf ich hier nicht sagen. Das ist echt doof jetzt so. Fuck. Cool. Scheiße. Warte, ich hatte einen Blick hier drauf. Also müsste ich doch hier hin. Natürlich sind wir hier. Natürlich sind wir hier. Oh. Ah. Ja. Hä? Was ist denn jetzt so los hier? Ah, okay, hier ist es. Ja. Sehr schön. Ist doch schön zu wissen, wie hier zu sein. Ähm. Oh. Frag mich nicht, warum ich das mache hier. Okay, also, falls es euch gefällt. Ähm, ja, falls es euch gefällt, schreibt es doch in die Kommentare und gebt mir ein Like auf das Video, wenn ihr wollt. Oder einen Daumen hoch oder Daumen runter, wenn ihr wollt. Und wenn ihr mich gut findet, aber nur wenn, dann könnt ihr mich ja auch abonnieren. Aber macht, was ihr wollt. Ich mache hier auch gar nichts. Ja. Okay. Dann würde ich sagen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. 웃03. Ok. Aufrufe. going. Vielen Dank.